Cyberport präsentiert die Co-Pilot Boss HDD von Lassie und DJI. Wenn Sie professioneller Video- oder Fotograf oder auch wenn Sie Hobbyfilmer sind und gerne Aufnahmen unterwegs in der Natur machen, ist die DJI Co-Pilot Boss HDD für Sie interessant. Denn mit ihr können Sie Videos oder Fotos auch unterwegs sicher abspeichern und das ganz ohne Notebook oder Steckdose in der Nähe. Mit Abmessungen von gerade einmal 3,5 x 11 x 13 cm passt die DJI Co-Pilot in jede Tasche. Das Gewicht von 534 Gramm ist für eine externe Festplatte dafür relativ hoch. Andererseits ist sie durch die Ummantelung gegen Stürze geschützt. Sie ist zudem IP54 zertifiziert, das heißt Spritzwasser und Staub machen der HDD nichts aus. Der Speicher sollte mit einer Kapazität von 2 TB auch ausreichend groß sein. Boss Festplatte bedeutet Backup-On-Set-Solution, also Backup-Lösung für den Vor-Ort-Einsatz. Durch verschiedene mitgelieferte Verbindungskabel lassen sich Kamera, Smartphone und Co. nämlich direkt mit der Festplatte verbinden. Außerdem gibt es auch einen Einschub für eine Micro-SD-Karte sowie einen Adapter für Micro-SD-Karten. Dies ermöglicht das direkte Kopieren von Dateien, ohne ein Notebook zwischenschalten zu müssen. Zur Bedienung gibt es einen Knopf an der gummierten Seite der Festplatte. Drücken Sie diesen einmal, startet die HDD. Auf der großen Metallseite ist ein Display verbaut. Dort erscheint, wie viel Speicherkapazität noch frei und wie hoch die Akkuladung aktuell ist. Mit einem Doppelklick können Sie dann entscheiden, ob Sie die Daten des verbundenen Geräts übertragen möchten. Nach dem Transfer können die Daten noch einer Verifizierung unterzogen werden, um auf Nummer sicher zu gehen. Zudem gibt es die Möglichkeit, das Smartphone anzuschließen und die Daten direkt über die LASI DJI Co-Pilot-App zu überprüfen, um zu benennen, zu kopieren oder sogar anzusehen. Außerdem bietet der Hersteller noch einen Datenrettungsservice über eine Spanne von drei Jahren an. Eine sichere Datenspeicherung auf der Reise ist also garantiert. Datensicherung für unterwegs, ohne Notebook und ohne Steckdose. Mit der LASI DJI Co-Pilot Boss HDD. Mit der LASI DJI Co-Pilot-App zu überprüfen, mit der LASI DJI Co-Pilot-App zu überprüfen, mit der LASI DJI Co-Pilot-App.